Hier müsste der irgendwo sein, noch. Genau. Hey, hol mich hier raus! Schnell, finde einen Schlüssel! Ich bin Raimond der Kobold. Zum Dank werde ich dir den Standort des Sees klares Wasser zeigen. Er befindet sich nordwestlich von hier, im Hammerlei. Schau auf deinen Holomap. Spielst du dort Flöte, findest du einen wichtigen Teil der Prophezeiung. Und wenn du mir eine Kobold-Mitgliedskarte zeigst, habe ich noch etwas anderes für dich. Hab ich ja zum Glück. Tada! Oh Gott! Ich bin Ruhe, ich bin Ruhe, oder? Viere, ich bin Ruhe. Ich bin Ruhe, ich bin Ruhe, ich bin Ruhe. Und dann habe ich auch noch mit dem Stadion geöffnet. Und dann, der… … Und BAM! Ja genau, jetzt hier. Voll keine Chance gegen den Ding. Ich werde das Face rollen in Malkuos. Ich werde das Face rollen. Und jetzt kommt der Ding. Die Ding ist extrem stark. Da muss man aufpassen, wenn die einen Eimaler haben, dann ist Sensei. Ups, hab ich dein Ding ins Geburt gemacht. Na super. Ich glaube, wenn Shaw ist tot. Die kann man erst besiegen, wenn man die vierte Magiestufe erreicht hat. Und die One-Hit-Nein immer anfangen ins Gefängnis. Möchten Sie lieber nüchtern sterben? Oder haben Sie einen ganz speziellen Wunsch für letzte Mahlzeit? Loll voll dämlich. Das blöde ist, ich war hier noch nie im Gefängnis. Das ist das allererste Mal. Was heißt, ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Du hast soeben alle Gegenstände wieder... Wir nehmen das Video. So, jetzt... Boah, ich bin doch so ein Fail, oah. Boah, das war knapp. Boah, das war knapp. Boah, das war knapp. So, jetzt müssen wir die Dinger hier da unten erwischen. Was? Leichter gesagt ist alles getan. Aber ich hatte jetzt doch ganz großes Glück mit meinen ersten Treffern. Können die nicht wenigstens stillhalten? Muss man von hier aus versuchen. Nein, das ist eindeutig zu weit. Ja, Mann! Erwischt! Jetzt habe ich die Monsterfabrik praktisch lange gelebt. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Keine Chance. Ja, irgendwie muss man nämlich das Dingens öffnen, aber ich weiß nicht genau welcher Hebel es da von Ende ist. Ich glaube die beiden. Oder so. Ich glaube die sind richtig, aber ich bin mir nicht sicher. Du hast soeben einen Teil deiner Kraftstoffreserven erneuert. Sehr schön. Das finde ich natürlich toll. Ich muss mal kurz was gucken. Na aber so klar. Und ich treffe den ersten und verkack den. Und damit enter das kurz so an. Und sobald ich im Fullscreen bin, kann ich zum Beispiel keine Cutscene mehr laufen lassen, ohne dass dann das Spiel sich aufhängt. Und sobald deine Cutscene kommt, dann kann ich wieder das Spiel neu starten und so. Jetzt frage ich noch mal kurz hier, was der noch so zu sagen hat. Guten Tag! Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe zu. Okay. Wo möchtest du hin? Zum Hasidorf. Hübschüß. 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 Wissen, dass man die auch wirklich braucht? Naja, ist ja egal. Ich hab sie ja schließlich. Und wieder halt Enter gedrückt. So am Sack, dass das genau die Kombination ist, die man hier in dem Spiel zufälligerweise braucht. Jaaa, renn halt gegen die Pfands. So, hier muss man jetzt Flöte spielen. So, hier muss man jetzt Flöte spielen. So, hier muss man es noch. So, hier muss man es noch. Da du deine Flasche mit klarem Wasser gefüllt hast, von nun an kannst du die mächtigsten Klone ausschalten. Jopp, das stimmt. Das kann man jetzt wirklich. Wo möchtest du hin? Gott, wo muss ich jetzt nochmal hin? Ich versuch's einfach mal. Ich versuch's einfach mal. Ich würde dich tun, als ich nicht. Ich versuch's einfach mal. Echt? Ja, ich versuch's einfach mal. Ja, ich versuch's einfach mal.